Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und heute geht es mal wieder um die Neubauimmobilie, die ich zusammen mit meinem kleinen Bruder erworben habe. Und da zeige ich euch heute so ein bisschen, wie das Ganze mittlerweile aussieht und wo wir derzeit auch so ein Stück weit stehen. Für mich nach wie vor echt ein super spannendes Projekt, sowas mal miterleben zu dürfen und sowas mal mitgemacht zu haben. Wir hatten uns ja eben vorgenommen, eine Neubauimmobilie zu kaufen, weil man dort tendenziell, wenn es jetzt keinen Fusch am Bau gibt, erstmal den wenigsten Aufwand auch mit hat. Und für uns ist das Projekt auch nicht zur Renditemaximierung geeignet mit unfassbarem Hebel oder was auch immer, sondern uns war es wichtig, etwas für die Altersvorsorge zu machen und bei mir eben neben den Aktien noch eine schöne Möglichkeit zu diversifizieren. Wir sind jetzt wirklich in den letzten Zügen. Aktuell ist es so, dass wir nochmal ein, zwei Leute haben, die regelmäßig kommen oder unterschiedlich kommen. Da ist nochmal eine Ecke abgeplatzt und da ist nochmal, dies ist ja normal. Arbeiten dort ja Menschen, wo noch ein, zwei Kleinigkeiten nachgearbeitet werden müssen. Wir haben jetzt die Wohnung dann auch die letzten Tage übergeben bekommen und wir hatten jetzt auch schon die ersten Mieter oder potenziellen Mieter auch am Start. Das war super, super interessant. Und auch wie unterschiedlich Menschen dann eigentlich sind mit komplett unterschiedlichen Prioritäten und Interessen und Fragen. Vor allem auch ist auch für uns eine schöne Möglichkeit, da reinzuwachsen. Und es ist auf jeden Fall auch jetzt, ja, mit verschiedenen Dingen koordinieren, definitiv Arbeit. Also es ist, wenn man das jetzt mal mit den Aktien irgendwie vergleichen sagt, okay, ich habe mich einmal für eine Firma entschieden, dann ist das relativ ruhig, ja, wenn es da nicht total rumpelt und uns irgendwie das Geschäftsmodell wackelt. Hier ist es aber natürlich auch dem Fakt geschuldet, dadurch, dass wir uns ja eben dazu entschieden haben, eine Neubauimmobile zu haben, wo jetzt noch niemand auch drin ist. Du hast natürlich auch einen gewissen Aufwand, gerade am Anfang. Ich bin gespannt, wie groß der Aufwand sein wird, wenn die Immobilie dann einmal, also die Wohnung dann einmal vermietet ist. Das wird dann auch spannend zu sehen, aber es gibt derzeit tatsächlich einiges noch zu tun, was mir aber persönlich dann auch doch relativ viel Spaß macht und wo wir auch schon gesagt haben, okay, überlegen uns vielleicht, ja, zukünftig nochmal eine Immobilie zu erwerben und da schauen wir mal, in was für eine Richtung das dann geht. So, genug der Einführung. Jetzt schauen wir uns mal die paar Bilder an, die ich dann da gemacht habe. Hier sieht man relativ gut auch von außen nochmal. Das waren jetzt zwei Fotos von außen. Hier haben wir einmal das Foto vom Bad, was mir auch persönlich sehr gut gefällt. Also muss ich ehrlicherweise sagen, die ganze Wohnung finde ich sehr, sehr ansprechend. Mir persönlich wäre das im Verhältnis zu dem, was man dort nehmen kann, was der Markt aktuell dort hergibt, zu Peuer. Also ich würde da jetzt nach aktuellem Stand, gerade wenn man viel investieren möchte, dort nicht unbedingt einziehen. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmeter und draußen einem Gartenanteil, den wir dann auch gleich nochmal sehen werden. Hier nochmal ein Foto vom Bad und links nebendran, das sieht man, glaube ich, jetzt dann auch gleich nochmal. Hier links nebendran, neben dem Heizkörper, gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, den Trockner hinzustellen, die Waschmaschine dann auch hinzustellen. Hier ist die Dusche, die dann auch noch mit dabei ist und hier links genau, dort kann man das Ganze dann nochmal hinstellen. Das hier ist unser Abstellräumchen, also in der Wohnung hat man auch die Möglichkeit, ist sogar auch eine Steckdose drin, Kleinigkeiten zu lagern und das ist jetzt der Blick raus aus dem Abstellräumchen. Links geht es dann raus vor die Wohnung, da ist auch so eine automatische, so eine Drückeanlage mit Kamera und so weiter. Und da sieht man dann jetzt von hier den Blick aufs Bad. Das ist der Blick ins Wohnzimmer. Rechts ist dann die Küche, da sieht man schon die Fliesen, haben wir jetzt aber auch gleich nochmal in verschiedenen Aufnahmen drauf und da guckt man direkt schön raus auf den Garten und auf der linken Seite hier ist dann im Prinzip auch dann das Schlafzimmer. Hier sieht man links nochmal schön so eine extra so eine lichtdurchlässige Tür auch, dass man da im Vorräumchen auch ohne, dass man da jedes Mal das Licht anmachen muss, so ein bisschen Tageslicht dann auch haben kann, wenn man die Tür nicht offen haben möchte. Hier auch nochmal Blick rein, dann ins Wohnzimmer hier von der Küche aus, dann nochmal ins Wohnzimmer. Haben uns da auch für einen Boden entschieden gehabt, der etwas teurer auch war, als der in Anführungszeichen Standardboden, der dort verbaut war. Weil uns das doch deutlich, deutlich besser gefallen hat. Der ist deutlich pflegeleichter als der Standardboden. Und gerade wenn man einen Mieter dann drin hat, wie zuverlässig die Person den ganzen Boden dann wirklich auch irgendwie jedes Jahr oder alle zwei Jahre dann ölt, das steht dann immer noch auf einem anderen Blatt. Ja, deswegen ist das dann ganz gut, wie wir uns da entschieden haben. Und ich bin persönlich damit auch sehr, sehr zufrieden. Hier können wir nochmal rausgucken in den Garten. Also wirklich eine schöne Sache. In der ganzen Wohnung hast du automatische Rollläden. Hier ist nochmal der Blick auf die Küche. Da kommt dann auch noch eine Einbauküche rein. Da waren die jetzt erst kürzlich da, um auch einmal nochmal auszumessen. Und dass man dann die Küche dort dementsprechend sauber einbauen kann, einplanen kann. Hier haben wir jetzt den Blick vom Schlafzimmer. Auch nochmal raus so ein bisschen in den Garten. Da haben wir auch die Möglichkeit, hier rechts nochmal rauszugehen. Natürlich, wenn man hier unten schon mal sieht, also er gibt die Möglichkeit, an verschiedene Steckdosen seine Gerätschaften dann da anzuschließen. Darüber hinaus ist es aber so, dass du auch in der ganzen Wohnung verschiedene Netzwerkdosen hast, um dann da dein LAN-Kabel anzuschließen. Und du hast eben in dem gesamten Haus oder beziehungsweise dort vor Ort in der Anlage Glasfaser, was dann schon auch ganz nett ist. Hier ist nochmal der Blick rein hinten in das Zimmer. und ja, ist wirklich also für zwei Personen oder für eine Person wirklich sehr, sehr gut geeignet. Für drei Personen wird es dann schwierig, aber wir werden es potenziell dann eben auch nicht an drei Personen vermieten. Hier sieht man nochmal, der Rasen, er wächst langsam, aber stetigen hier nochmal die kleine Terrasse und der Blick dann da raus. Die rechts sieht man dann relativ gut. Da ist dann die Abgrenzung und das Ganze auf der linken Seite. Also man hat wirklich nochmal ein richtig ordentliches Stück Garten. Und das hier ist der Blick auch nochmal von außen auf das Haus. Also auch da, ja, sehr, sehr zufrieden. Der hier auch nochmal. Wir haben hier auch noch einen Kellerabteil. Wirklich einen sehr, sehr großen Keller. Also das ist tatsächlich das größte Kellerabteil, das wir hier haben in dem Gebäudekomplex unten drin. Und dann haben wir hier natürlich auch nochmal Tiefgaragenplätze, wo man dann sogar auch sein Elektrofahrzeug, wenn man möchte, laden kann. Also dementsprechend wirklich eine sehr, sehr spannende und aufregende Zeit. Derzeit, ja, gibt der Markt tatsächlich her, dass wir unterm Strich potenziell dann auch einen positiven Cashflow haben werden. Ich werde dann an einem anderen Zeitpunkt euch dann auch nochmal die Kalkulation oder meine Kalkulation dann auch nochmal genauer zeigen, wenn das ganze Thema wirklich durch ist. Wir haben jetzt hier Nebenkosten schon mal gesagt, was ist umlagefähig davon, was ist nicht umlagefähig, um euch das dann auch nochmal relativ gut zeigen zu können. Es ist ein spannendes, sage ich euch ganz ehrlich, wirklich ein spannendes Projekt, das mir einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Auch die Abstimmung da dann zusammen mit meinem Bruder, dass man vielleicht auch die Verantwortlichkeiten dann dementsprechend immer ganz gut allokieren kann. und wenn man noch nie so eine Anzeige zum Beispiel auch für Immobilienscout oder so geschrieben hat, das nimmt dann doch alles auch immer einen Ticken mehr Zeit in Anspruch, als man ja selber denkt. Dann darüber hinaus hatten wir unsere erste Wohnungseigentümergesellschaft. Also es gibt viel zu entdecken und das Wichtigste vor allem, viel zu lernen, ja. Und ich glaube, wenn man da mal ein Jahr drin steckt oder anderthalb Jahre, hat man viele Learnings für sich generieren können, die man dann potenziell eben auf neue Projekte dann da auch übertragen kann. Und ja, Stand jetzt würde ich sagen, das wird sehr wahrscheinlich nicht die letzte Immobilie gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Impressionen hier und auch nochmal den Fortschritt zu sehen. Ich habe ja verschiedene Videos zu dem Thema schon gemacht. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abo. und natürlich wie immer über eure Kommentare, über eure Meinung. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer Sven.